Und ein weiteres Mal darf ich euch zu einem neuen Video begrüßen und heute geht es um die Thematik Load Balancer und ich habe mir gemeinsam mit der Community letzte Tage in einem der Livestreams den Kopf zerbrochen über eine Load Balancer Lösung, die ich sowieso auch brauche und glaubt mir wirklich, das ist hier kein Scherz, wovon ich euch rede oder wovon ich hier rede. Wir haben uns drei Lösungen angeschaut und auch wirklich live angeschaut und ich zeige euch leider Gottes, was heißt leider Gottes, es ist ja gut, dass es so ist, die Lösung an, die einfach nachher gewonnen hat und die einfach Performance und Preis-Leistungstechnisch einfach gewonnen hat. Zum Vergleich einmal natürlich die Selbstmachlösung, aufwendig, ich muss poolen, ich muss mich großartig auskennen, ich muss das warten und pflegen und wenn irgendwas ist, kann ich vielleicht deutlich tiefer reingehen, aber das ist auch in Ordnung, ich muss halt selber administrieren. Dann, ihr kennt es alle, viele haben halt die Lösung von Cloudflare und Cloudflare hat natürlich auch die Lösung hinsichtlich eines richtigen Load Balancers. Das Problem ist, ab vielen Verbindungen fängt das nämlich bei denen an, weil ich glaube bei 500k Verbindungen auf einmal an Geld zu kosten und nicht nur irgendwie 6 Dollar, sondern halt eben pro 500k Aufrufe, was in meinem Fall, in meinem Fall, Beispiel wonach ich gesucht habe, einfach viel Geld kostet. Worauf bin ich natürlich zurückgefallen? Auf die Lösung ganz normal von Hetzner. Ja, richtig, denn Hetzner hat nämlich auch, ihr seht schon drei Server, die wir jetzt gleich verwenden werden, hat nämlich auch einen ganz normalen Load Balancer und jetzt kann ich es euch direkt zeigen und das ist einfach auch das Wichtigste, was ihr dabei mitnehmen müsst. Einen Load Balancer, den ihr einfach selber mal eben einrichten könnt, hier über die Cloud für 6,41 Euro im Monat für wirklich 25 Targets und 5 Services und wenn ihr natürlich mehr wollt, ist es deutlich mehr. Aber das sind nicht nur die Services, sondern es sind halt eben auch die Connection Anzahlen und die Anzahl, die ich glaube, die sieht man jetzt hier gerade nicht, aber wenn wir den gleich ausgerollt haben, sind es glaube ich 10.000 Connections, die wir für eine Load Balancer abfrühstücken können für 6,41 Euro. Aber jetzt erstmal Rolle rückwärts, worum geht es überhaupt? Load Balancer ist euch ein Name, was will ich euch zeigen, was bauen wir hier gemeinsam auf? Das sind unsere, beziehungsweise meine drei Testserver. Man kann die drei Testserver sehr, sehr gut unterscheiden, natürlich nicht nur an dem Namen Node 1, Node 2, Node 3, denn ich habe mir mal die große Mühe gemacht und habe einfach mal auf diesen drei einfach mal ein paar Webserver installiert, die sich glaube ich relativ einfach unterscheiden lassen zwischen Server 1, 2 und 3. Ich glaube, jetzt sind wir alle irgendwie gemeinsam farbenblind. Und natürlich ist das unsere super Webseite, die wir jetzt, oder unsere super Webseiten im Endeffekt, oder Load Balancer will ich eigentlich nur eine Webseite haben. Wir wollen ja sehen, dass der Load Balancer funktioniert und die wollen wir jetzt einfach mal wirklich, ja wie soll ich sagen, mit dem Load Balancer abfangen, so dass wir auch natürlich sehen können, okay, welcher von unseren drei Servern wird angefragt und da werden wir jetzt den Load Balancer vorsitzen. Erstmal für euch ganz wichtig, falls ihr den Load Balancer braucht, natürlich immer so nah wie möglich an eure Zielsysteme, sonst habt ihr irgendwelche Latenzen oder habt ihr irgendwelche Wege, die auf einmal 80 Millisekunden lang sind. Also ja, wir sind, ja in Anführungszeichen, begrenzt mit Nürnberg, Falkenstein, Helsinki, Hillsborough und Eschbörn. Deswegen geht so nah wie möglich an eure Ziele, es müssen ja keine Webseiten sein, es können ja auch andere Dienste sein, also geht so nah wie möglich an eure Dienste ran. In meinem Fall ist es jetzt einfach hier in Nürnberg, können wir so, Entschuldigung, Falkenstein, ich habe ja ARM Server gewählt, Falkenstein, und ich wähle hier natürlich für mich hier den kleinsten aus, der kleinste reicht nämlich wirklich vollkommen aus. Er hat keine Bandbreitenlimitierung, er hat lediglich, soweit ich weiß, eine Connection Limitierung, eine gleichzeitige Connection Limitierung, egal. So, das haben wir jetzt ausgewählt, wir wollen jetzt diese Größe haben und ihr könnt natürlich nachher jederzeit einfach auch größer gehen, ist gar kein Problem. So, kommen wir zum ersten wichtigen Teil, was ihr machen könnt. Wenn ihr natürlich in der Cloud unterwegs sein solltet bei Hetzner, könnt ihr euer eigenes Cloud-Netzwerk mit einhängen und über dieses Cloud-Netzwerk natürlich eure Ziele reinhängen. Das heißt, ihr habt die Server jetzt hier drin stehen, ich habe es jetzt gerade nicht, könnt ihr trotzdem diesen Load-Balancer komplett in euer Cloud-Netzwerk reinhängen und könnt halt dann darüber, über dieses interne Netzwerk ganz normal eure Targets ansprechen und dazu komme ich jetzt. Die Targets sind, glaube ich, relativ klar, braucht man nicht großartig erwähnen, aber es ist eine ganz wichtige Sache dabei. Das gilt nämlich auch hier dieses Video für die Leute, die einfach einen dedizierten Server haben. Das heißt, ihr habt jetzt vielleicht mehrere dedizierte Server, wo vielleicht Webseiten oder sonstige Dienste drauflaufen, denn es gehen natürlich auch TCP-Connections. Ihr könnt das über die Hetzner Cloud, könnt ihr natürlich auch eure dedizierten Server oder natürlich auch freie Server, die ihr woanders stehen habt oder keine Ahnung wo, Hauptsache, die haben eine erreichbare IP-Adresse, könnt ihr dort hinterlegen und dann, wenn die darüber auch Load-Balanzt. Wir gehen wieder zurück und gucken uns in meinem Fall einfach mal die Cloud-Server an, denn wir haben ja hier die drei Cloud-Server ganz normal angelegt und die selektiere ich jetzt auch erstmal. Das ist erstmal nichts weiter als eine Selektierung, welche Server sollen denn nachher überhaupt angesprochen werden. Und wie sie angesprochen werden, dazu kommen wir jetzt. Und das ist im Endeffekt hier der Service. Ihr seht schon mal, es gibt drei Methoden. TCP, HTTP, HTTPS. Wir bleiben natürlich jetzt erstmal bei der einfachen Variante, obwohl, ich glaube, einfach ist es erstmal zu erwähnen bei HTTPS, müsst ihr natürlich dem Ganzen ein Zertifikat geben. Das heißt, falls ihr jetzt da draußen wieder rumpoolt mit Let's Encrypt-Zertifikaten, ja, nee, mit einem Load-Balancer, natürlich geht das, aber ihr könnt jetzt nicht mal eben einfach sagen, ja, Let's Encrypt hier hochladen oder sonst was, das funktioniert nicht. Da müsst ihr schon ein vernünftiges Zertifikat dann mitbringen, sonst habt ihr halt das Problem der Authentifizierung gegenüber Let's Encrypt natürlich. Neben dem normalen HTTPS gibt es natürlich auch TCP, das ist das, was ich die ganze Zeit runtergebetet habe. Man kann natürlich auch sonstige TCP-Dienste, viele, viele, viele Dienste da draußen, das sieht man gar nicht, wenn man nur im Internet surft, laufen einfach auf irgendwelchen Ports, wo im Hintergrund Dienste rumgearbeitet werden, gerade Apps, die irgendwelche Datenbanken oder APIs oder sonst was anfragen, wo viele Tausende von Anfragen laufen, laufen in der Regel halt über TCP. Deswegen hier ganz, ganz wichtig, dass es halt eben den Load-Balancer nicht nur für das HTTP-Protokoll gibt, sondern halt eben auch für TCP. Wir haben trotzdem jetzt ja einfach eine einfache Webseite und gehen jetzt einfach in den Part von HTTP rein. Gut, Quell-Port, Ziel-Port brauche ich euch nicht großartig erzählen. Quell-Port ist das, von wo wir anfragen und Ziel-Port ist das, wo wir natürlich hinwollen. Das heißt im Endeffekt, ihr könnt natürlich auch die Ziel-Ports hier, Vorsicht, Augen zu, die Ziel-Ports auf euren Servern anders definieren. Es muss nicht Port 80 sein, denn der Load-Balancer kann euch natürlich auch einen anderen Ziel-Port weiterleiten. Das muss also nicht derselbe Port sein, wie es halt eben am Eingangsknoten angefragt wird. Und jetzt kommen wir zu einem der wirklich wichtigsten Sachen und dafür ist das Load-Balancer ja gerade da und gerade auch bekannt. Jetzt nicht erschrecken, dass euch das irgendwie hier erschlägt. Hier geht es nämlich in einem oberen Teil, ich finde, das ist so ein bisschen schlecht gemacht. Das müsste hier oben ein bisschen deutlicher und dicker geschrieben werden. Es geht nämlich hier erstmal grundsätzlich um den Health-Check. Ist der Server, ist mein Target, ist mein Target denn überhaupt erreichbar und wann erreiche ich ihn quasi nicht mehr beziehungsweise wann täcke ich ihn als erreichbar beziehungsweise wann täcke ich ihn als nicht mehr erreichbar. Und das Ganze wird hier ganz normal kontrolliert und hier kann ich jetzt sagen, alles klar, kontrolliere doch bitte, ob mein Dienst mit dem Protokoll HTTP auf dem Port 80 alle 15 Sekunden, das überprüft ihr halt, mit einem Timeout von 10 Sekunden. Es kann ja auch mal sein, dass eure Applikation ein bisschen langsamer ist, mit drei Versuchen auf dem und dem Pfad, mit der und der Domäne und so weiter. Domäne ist nämlich ganz wichtig, wenn ihr einen Web-Server dahinter habt und mehrere Domäne dahinter habt, müsst ihr den Domain-Namen mitgeben, sonst überwacht er nicht die explizite Webseite, sondern einfach nur den Apache oder Nginx, der dahinter läuft, deswegen Domäne mitgeben. Und wer es jetzt noch ganz speziell haben will, kann dann hier unten noch den Response angeben, der unbedingt kommen muss irgendwie. Was ist denn normale Response? Ich glaube, normale Response ist, glaube ich, 200 oder 300. Ich glaube, die 200er und die 300er. Eine 200, 0, 0 oder 201. Das sind, glaube ich, alles die normalen Response. Ich glaube, steht dann hier wahrscheinlich sogar auch, na, ist egal. Die 200er-Response, guck mal, hier unten steht doch sogar Status-Codes, werden dann halt eben überprüft und damit wird der Dienst gesagt Up oder Down. Und wenn der Down ist, wird der natürlich für den Lobe-Balancer nicht mehr genommen. Kommen wir zu den letzten drei Punkten. Hier mit dem TLS ist natürlich dasselbe mit dem HTTP, mit dem Zertifikat und so weiter. Aber jetzt hier die unten beiden, die sind nochmal wichtig. Sticky Sessions. Man kann es auch natürlich hier aufrufen. Ich erkläre es euch natürlich viel lieber. Sticky Sessions ist das, was wir jetzt gleich hier einrichten, ist ein normales Lobe-Balancing mit Round-Robin. Das zeigen wir als allererstes. Dann ist das so, dass deine Verbindung, wenn du dich jetzt quasi mit dem Web-Server verbunden hast, bleibt immer in der Verbindung dein PC, Lobe-Balancer, Server 1. Dein PC, Lobe-Balancer, Server 1. Dein PC, Lobe-Balancer, Server 1. Das hat was mit Webseiten zu tun, die dich ja authentifizieren. Und der Web-Server kennt ja jetzt gerade nur dich. Der Server 3 kennt dich nicht. Das heißt, würde über den Lobe-Balancer zum Server 3 es gehen, würde der Server 3 erstmal sagen, hä, was, wer bist du denn? Nein, das wollen wir nämlich nicht. Denn dieses Sticky Sessions geht halt eben hin und merkt sich im Lobe-Balancer, du gehörst jetzt erstmal ganz normal auf Server 1. Das ist auch richtig. Das ist für Programmierer, die Webseiten betreiben und so weiter sehr, sehr wichtig, dich wiederzuerkennen, dass du derjenige welche bist, der gerade schon auf Server 1 drauf war. Deswegen die Sticky Sessions. Und hier unten jetzt zu guter Letzt, das ist das Proxy-Protokoll. Das ist auch nochmal so für Frontend, Backend-Developer sehr, sehr wichtig. Es geht nämlich darum, dass deine IP-Adresse, deine Identität, so ein bisschen mit der du im Internet unterwegs bist, durchgereicht wird zum Web-Server. Das heißt, also, wenn du beim Lobe-Balancer jetzt normalerweise eine Anfrage stellst, stellt dann der Lobe-Balancer die Anfrage zum Web-Server und bedient dir dann deine Daten. Wenn du das hier nicht aktivierst, wirst du auch quasi gar nicht erst erkannt. Das macht natürlich sowieso der Server-Betreiber und ich würde es natürlich jedem empfehlen, sonst hat man kaum eine Authentifizierungsmöglichkeit. Sollte man also aktivieren, wenn man Webseiten betreibt, sonst fehlen einem nachher wichtige Daten. In unserem Fall jetzt völlig scheißegal, deswegen lassen wir es einfach weg. Wir sagen jetzt hier einfach okay und sagen wunderbar, unser Dienst auf Port 80 ist eingerichtet. Und jetzt kommen wir wirklich auch zum allerletzten Fall. Der allerletzte Fall. Es gibt natürlich die zwei Algorithmen, sagt man ja. Einmal Round-Robin ist, glaube ich, so der bekannteste und einmal Least Connections. Auch dazu vielleicht echt wichtig. Ich weiß, ich erzähle heute wieder viel Theorie. Echt wichtig. Ja, Least Connections ist ja wohl klar. Nimm den Weg, wo am wenigsten Traffic läuft. Die Frage ist immer, ist das der richtige Weg? Round-Robin brauche ich euch nicht zu erklären. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Auf 1 ist auf einmal so ein Batzen an Leute am Rumsurfen, auf 2 gar nicht und auf 3 noch überhaupt gar keiner mehr. Trotzdem wird bei Round-Robin 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Least Connection geht halt hin und guckt sich so den ganzen Traffic irgendwie an. Aber Traffic ist dabei meistens nicht alles. Ja, es ist wahrscheinlich die schönere Lösung. Doch ich persönlich habe sehr häufig die Erfahrung gemacht, dass trotzdem Round-Robin irgendwie ja doch schöner verteilt als halt eben so eine Least Connection, wo natürlich irgendwie eine Intelligenz hinterhängt. Aber ganz ehrlich, das müsst ihr selber ausprobieren. Ich glaube, beides ist irgendwo der richtige Weg. Wir gehen jetzt zurück und haben endlich unseren Dienst jetzt fertig. Wir lassen jetzt Round-Robin an, weil es ist nämlich viel geiler, wenn wir das Ganze einrichten. Können den Load-Balancer noch einen Namen geben und sagen jetzt einfach mal kostenpflichtig erstellen. Das Ganze dauert natürlich wieder ein paar Sekunden. Ihr seht, das war jetzt glaube ich irgendwie zwei Sekunden. Und jetzt fängt der Load-Balancer im Hintergrund nämlich schon an. Das kann sein, dass das mal ein Momentchen dauert, die Targets zu überprüfen. Ihr seht, noch steht überall unbekannt, ob die Targets denn erreichbar sind. Sind die denn da? Kann ich die denn erreichen und kann ich die guten Gewissens in meine Targets aufnehmen, um dann den Service vorne rauszugeben. Ich warte jetzt einfach mal ein paar Sekunden und wenn da die ersten grünen Fältchen auftauchen, melde ich mich sofort. Okay, jetzt hat er sofort natürlich einmal plöpp gemacht und alle waren erreichbar, alle gleichzeitig. Jetzt seht ihr halt, die Server sind jetzt ganz normal erreichbar. Eins von eins, eins von eins, healthy, alle Server sind da. Ja, wir können natürlich alles wunderbar schön überwachen, aber es wäre natürlich viel schöner, wenn wir die Überwachung natürlich auch ein bisschen ankitzeln, indem wir jetzt selber einfach mal die IP-Adresse vom Load Balancer nehmen und einfach mal oben in den Browser eintragen und einfach mal sagen, go. So, ihr seht, wir haben, glaube ich, keine Ahnung, Node 1 erwischt. Ich bin jetzt mal fleißig und drücke F5. F5, blau, rot, blau, grün, rot. Jetzt keine epileptischen Anfälle kriegen oder sowas, ne? Rot, grün, blau, grün, rot, grün, blau, 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 blau. Also ihr seht, der Load Balancer geht wirklich hin und macht das, was er tun soll und schickt mich per Round Robin einfach quer durch die Wallachei über alle Web-Services drüber. Ich habe ja eben schon gesagt, es ist vielleicht nicht unbedingt das hauptsächliche Ziel, aber er macht genau das, was er halt eben tun soll. Und für viele Applikationen ist das sogar der richtige Weg, aber halt eben nicht für alle. Deswegen gehen wir jetzt zurück und stellen diesen Service jetzt nochmal so ein bisschen um. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war mit dem Algorithmus hier rechts. Seht das? Round Robin könnte ich jetzt auf Lease Connections gehen. Da wird jetzt erstmal nichts passieren großartig, wenn wir das Ganze jetzt aktualisiert haben und wieder versuchen. Vorsicht, es wird wieder hell. F5, 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 F5. Es passiert natürlich nichts, weil einfach der einzige Blödmann, der gerade Traffic verursacht, bin halt eben ich. Das heißt, er geht jetzt immer auf die Verbindung, wo er am wenigsten los ist. Er macht trotzdem quasi wie so eine Art Round Robin, weil halt eben der einzige Blödmann, der rumsurft auf den ganzen Zielen, bin ich gerade und deswegen gibt es da halt nichts großartig, ja, Load zu balancen. Aber eine Sache hatte ich euch eben gesagt. Es gibt die sogenannten Sticky Sessions, die halt eben wichtig waren und die hatten wir gemeinsam halt eben nicht aktiviert. Jetzt muss ich gucken, ob ich sie hier noch aktivieren kann. Service editieren. Jetzt gehen wir hier mal rein und sagen Sticky Sessions. Da gibt es jetzt hier so einen Cookie-Name, der ist halt für den Load Balancer wichtig und wie lange ist dieser Cookie halt eben gültig, damit der trotzdem irgendwann mal rumwechselt. Ist uns jetzt erstmal egal. Wir sagen einfach OK, Änderungen speichern und ihr wisst natürlich, jetzt im Hintergrund muss bei Hetzen auch erstmal ein bisschen was laufen. Das geht aber scheinbar immer sehr, sehr schnell. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal machen und mal gucken, was jetzt passiert. Einfach mal F5, 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 F5. Ihr seht, die Verbindung bleibt jetzt gleich. Er hat gerade eben klar nochmal rumgewechselt, keine Frage, aber jetzt gerade hat er mich einfach identifiziert, hat mir ein Cookie gegeben, sozusagen, oder dem Load Balancer ein Cookie gegeben und hat jetzt gnadenlos gesagt, nee, nee, du gehst immer weiter auf die eine Richtung ein, weil es einfach für einen Web-Server wichtig ist, dass der dich andauernd immer halt eben wiedererkennt. Ja, und so einfach funktioniert der Load Balancer. Ich hatte euch gerade noch erwähnt, man kann das Ganze auch so ein bisschen überwachen, man kann halt eben was los ist und ganz am Anfang vom Video sagte ich auch, die 10.000 Verbindungen, also ganz ehrlich, 10.000 Verbindungen kann ich hierüber abfrühstücken mit 20 Terabyte Traffic im Monat, mit 25 Targets, wenn ich will. Und jetzt ganz ehrlich, und da kommen wir jetzt auch schon abschließend zum kleinen Fazit dabei, das Ganze für 6,40 Euro und ich muss nichts machen, das ist einfach unfassbar. Natürlich, Load Balancing kann noch, wenn man will, noch viel, viel mehr. Aber ganz ehrlich, für die Leute, die einen Load Balancer brauchen, 90% von den Leuten haben und brauchen das, was da steht und die anderen 10%, die brauchen halt spezial. Aber die Leute hosten sich die ganze Scheiße dann halt eben selber, aber trotz alledem, für 6,41 Euro der Service mit den Leistungen, das ist quasi hinterhergeworfen, für 6 Euro im Monat. Das heißt also, 6 Euro im Monat ist ungefähr einen Stundenlohn von 7 Minuten. 7 Minuten im Monat wäre also meine Arbeitsleistung im Monat, die ich auch maximal aufbringen dürfte, um halt eben diesen Load Balancer für mich selber zu betreiben. Das ist einfach unmachbar. Das heißt, allein in einer Einrichtung von einem Load Balancer kann ich den hier schon drei Jahre betreiben. Deswegen gibt es von mir hier für den Service ein absolutes Daumen hoch. Ich selber habe es jetzt ja demnächst vor mit IPv64, mit einem Projekt, was dahinter läuft. Das ist noch nicht ganz public, aber das kommt dann jetzt demnächst. Deswegen fetter fetter Daumen hoch und wenn euch das Video gefallen hat, auch hier unten mal einen Daumen hoch da lassen, Kanal abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020